Lustige Witze in 3, 2, 1, los! Ich habe schon 3 Selbstmordversuche überlebt. Meinst du Gott will mir damit etwas sagen? Yo, der will dich da oben auch nicht. Das Anschauen der Frauen-WM erinnert mich irgendwie an meinen ersten Versuch, mit der Vielversteuerung klar zu kommen. Laut der Bibel ist Homosexualität eine Sünde. Habt vergessen wo das steht. Bestimmt irgendwo zwischen der sprechenden Schlange und der schwangeren Jungfrau. Warum essen Türken kein Schweinefleisch? Weil Kalimbalismus illegal ist? Lasst ihr euren Hausnäger eigentlich auch auf dem Teppich schlafen? Hausnäger, was ist denn mit dir falsch gelaufen? Der darf doch nicht ins Haus! Abtreibung auf Spanisch. Adios Embryos. Ich habe meinen Hund Bleib genannt. Wenn ich ihn rufe, sage ich, komm her, bleib. Jetzt ist er geisteskrank. Habe von meinem Bruder einen Stift bekommen. Nenne ihn Brokkoli. Bevor dich die Straßenbahn totfährt, wird sie nicht bremsen, aber lustig klingeln. Wenn man in Europa mit Euro zahlt, zahlt man dann in Nigeria mit... Ach, egal, lassen wir das. Das neue YouTube-Anmeldeformular. Name? Michael. Vorname? Ach, Kacke. Alter? Was geht? Geschlecht? Mächtig. Straße? Asphaltiert. Geboren? Jupp. Geburtsort? Mutter. Land? Bundesland? Wohnort? Zuhause. Beruf? Nein. Gewicht? Soll das heißen, ich bin fett? Highlight des Tages. Kollegen, die ihre eigenen Laserpointer miteinander in einer fremden Präsentation mitbringen, um gezielter Fragen stellen zu können. Ich bin super im Bett. Ne, Moment. Super, ich werde im Bett. Wenn zwei Leute auf genau gegenüberliegenden Stellen der Erde ein Brot fallen lassen, erschaffen sie ein riesen Sandwich mit allen drum und dran. Neben mir quengelt ein dreijähriger Knirps, weil er ein Eis haben möchte. Ich habe heute bereits fünf gehabt. Erwachsensein fetzt. Der Sommer ist wie viele YouTube-Videos. In meinem Land leider nicht verfügbar. Wenn mich jemand hässlich nennt, dann werde ich traurig und obarme denjenigen, weil ich weiß, dass das Leben für sehbehinderte hart ist. Kommt an Pinguin zu Fotografen. Pinguin? Ich hätte gerne Passbilder. Fotograf? Schwarz-Weiß oder in Farbe? Pinguin? Willst du halt aufs Mall oder was? Wir spielen fett oder schwanger im Freibad. Ich führe 3 zu 2. Wenn dir morgens in der S-Bahn ein Penner landend eine Wodkaflasche entgegenstreckt und du kurz überlegen musst, bevor du ablehnst, dann ist es endlich wieder Montag. Dumm fickt gut. Ach du scheiße, schnell, sag was du bist, sonst denk danach, du bist ein Loser im Bett. Wo wird denn Diebstahl hergestellt? Ich will da nicht angeben, aber die hübsche Kassiererin aus dem Mediamarkt will meine Postleitzahl wissen. Definition von sinnlos. Arbeitslose, die auf Facebook posten, endlich Wochenende. Das ist mein neuer YouTube-Kanal, weil ich das Passwort von den alten vergessen habe. Ich hatte auf dem alten schon keine Abos oder Videos, aber danke für eure Aufmerksamkeit. Apple arbeitet ebenfalls an einem Auto. Das Design ist noch nicht bekannt, aber es wird ausschließlich auf Apple-Straßen fahren können. Silvester mit dem Lehrer, Schüler, 3, 2, 1, Lehrer, stopp, 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 ich beende dieses Jahr. Herzlichen Glückwunsch, sie haben gerade den dritten Aggregatzustand erreicht. Gasförmig? Nein, überflüssig. Immer wenn ich gestresst bin, mache ich den Entspannungsmist mit diesen Nadel, die man sich in die Haut steckt. Ihr wisst schon, Heroin. Nach meinem letzten Furz musste ich einfach Gandalf zitieren. Flieht, ihr Narren. Neben der Leiche lag eine Packung Kekse, was könnte uns das sagen? Ich weiß nicht. Sind sie verrückt? Das ist bevorz' noch zu real. Stellt euch mal einen knurrenden Chinesen vor. Gllllllll. Yeah! Bei Gefallen, Daumen hoch und Video teilen. Sollten euch einzelne Witze davon ganz gut gefallen haben, macht doch einen Screenshot und teilt sie auf Instagram oder Twitter. Lustige Witze gibt es immer freitags um 17 Uhr. Bis nächste Woche. Dr là plan Bonsat. Bis gleich. Bis zum nächsten Mal. вопрос.